hey leute servus hier ist renten was geht der ravenking delga ihr habt es vielleicht auch im sega schon erkannt wir spielen sonic the motherfucking hedgehog einfach mal arg spielt weil wir sollten dieses spiel auch mal würdigen was mich gerade wundert videoeinstellungen strand ja ich will daran annehmen aber du kannst nicht irgendwie grad ja das was fett kommt los amass fett ja viel in dem spiel gab es ja nicht nur rennen und springen und viele ringe was mich als kind an sonic immer gestört hat man diese vierecke unterm gras fest die sind dieser grafikstil darf mir irgendwie nie zu gesagt dass man manchmal so ein bisschen verschoben ja ich weiß auch nicht genau warum und ich habe zumindest dem ersten nie dieses große geschwindigkeitsgefühl in dem spiel ich hab so interview gesehen mit dem typ der das ich weiß aber nicht mehr wieder japano orano genau das ist auch schwer war ich weg dass das auch schwer war die die loopings zu programmieren die loopings das acht das was soll soll wo sich von vom super mario abhebt okay hier spiel du level 2 werden ja auch ganz ganz die zeit lang hänsel auch ähnlich cooles maskotte gesucht wie für nintendo super mario und dann sind wir halt darauf gucken das erste sonic was ich wirklich gespielt hat war sonic adventures für die dreamcast und das sagen ihr fans das ist kein richtiges sonic und 3d scheiße aber ich fand es cool auch wenn es wenn es ein bisschen übertrieben war und schieße und was ich fand es cool mir hat er gemacht viel freude wenn ich nicht spiele ich habe es ein sags spiel wer jetzt noch mal verstehe ich aber nicht werde ich du bist du unverwundbar ja stirbst aber trotzdem wenn ich aus dem bildschirm vorgewinnen was es gehabt war ein geiles soundtrack also das soundtrack finde ich auch heute noch geil kann ich das nochmal zurück ja du kommst zurück oder was und ich hasse das wasserlevel also ich habe es euch gedacht auf dem sega gab es im ersten das wasserlevel war das nicht erst im dritte oder so ich ja dabei wollte ich auf den auf die sprungchancen springen springen wir doch vorher hoch ist das jetzt dann ernst jetzt wirklich ich renne noch mal hier schnell das spiel hat ja noch nicht mal ein menü gehabt oder oder ich überspring es halt ich weiß es nicht ich wollte ja bloß sagen wenn du da auch fangst im dritten springt die erste mal wo so abkürzung mehr wir das ist klick ist das fall da jetzt ist ein großer erhall glück da ich finde ja macht sonny wurde für älteres bauen erlebt er wohnt übrigens in der dv von uns also groß an dicht Ja, Harry. Harry, wir lieben dich. Ja, ein bissl. Von aller Seite. Und der wohnt jetzt total auf dem Kaffee und ich frag mich, ob der nicht jeden Tag irgendwie genervt wird von irgendwelchen Wilder, Fälzer, Bauern, Leute, die einfach beim Klingeln. Könnt gut sein. Harry, geh mal her. Tun gerne mit. Guck. Na guck, stell was ich alles kann. Ich stehe immer als Kralle. Halt, halt, halt die, Fress, Fress, Fress. Halt, halt die, Fress, 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 Fress. Halt die, Fress, Fress, springen, springen. Ach so, ich darf nicht denn scrollen. Warum blinkt es dann und sagt GOL, GOL. Das ist ja warning. Rot, rot, rot. Ach so. Der peinlichste Retrofreitag, wo ich dabei war. Also, von allen. machen lieber das zweite ich mach dann das dritte moment man muss jetzt das erste level komplett machen was kommt oder ist das gott zweiter level das ist so verwirrt du wichser arschfisch 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 nehm das nehmt du es doch spring jetzt somica somik du kackigel schönen aufpassen was du ha 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 spikes sind egal aber der wohl ist scheisse ich habe den punkt mehr was ist das los ich weiß es nicht Hoi! 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 Sonik ist ein scheiß Spiel, ja! Nö! Weil ich's nicht kann und sterb, ja! Bin so blöd, 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 ja! Sonik hat auf dem Rücken Haar Haar! Haare kriegst du nicht? Oh, hey, mal der Checkpoint, das ist immer gut, hä! Es gibt ja auch so'n, äh, Sonic Homebrew Scheiße, wo du dann mit Sonic durch, äh, irgendwelche Nintendo-Levels zusammenkannst. Taka-Taka, doki-dik-dik, bakitabaa, scha-king! Denkst du erinnern von dem Programmierer, hieß Taka-Toto, Wo hättest du das Lied so programmiert? Taka-Toto hat programmiert, hat programmiert, ja! Oh, steil Bencho, hä? Takatoko Shigawa! Takataka Shigihabi! Kamatsutra Magada! Hopp! Seht's, das ist voll scheiße mit der Lippinne! Seht's mal, dass es da durch die Wand geht, weiß ich! Geht's nicht durch die Wand, du gehst gleich durch die Wand, wenn du ruhig bist! Geht's nicht durch die Wand! Oh, fahr da wieder rückwärts, hä? Ne, ich hätte doch Level gekriegt, grad! Level Up! Level Up! Ah, ich krieg das jetzt nicht mal hier! Level Up! Aber! Die Zeit ist vorbei! Alter, der verfickte Baumstamm! Was händ die altgegerte Sonne? Ich mein, der komplette Waldwind der Übringe! Ich glaub, weil er jedem sein altgefickt hat! Oder irgendwie, hat er die Baummutter gevögelt oder sowas? Ja, jo! Das ist doch abartig! Die Ba... Ich bin die Baummutter! Ach Gott, du findest doch echt die Geheimnisse ohne Ende! Meine Freundin, ähm... Hat der Dritte gespielt ohne Ende! Und noch die Tails immer verarschen, lässt ihn überall runterfallen und so! Tails ist auch scheiße! Die kriegt das irgendwie... 130 Minuten kriegt ihr das durch! Ah, das war blöd! Ne, ich fand's cool, was ihr macht! Ich fand's blöd! Ah! Ey, da brauch ich! Ich will es versuchen! Das Arschloch, das krieg ich! Oh, jetzt hab ich keine Ringe mehr! Renn zurück! Ringe, Ringe! Kennst du doch die ganze Verstecke in der Palme! Sieht man doch! So! Ah! Nagasaki Shimano Kabuki! Verdammte Kacke! Takatoto! Takatoto muss mal Kacke! Takatoto muss mal Kacke! Takatoto Kacke! Hopp! 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 Du kannst doch irgendwie auf den Ruf springen und den Kampf klitschen, oder? Oh! Takatoto! Ich glaub du musst durchs Seil springen! Ich wollt! Ich will jetzt Ammo probieren! Das gibts doch nicht! Wir gegen das spiel? Was ist denn jetzt? Warum? Das gibt's doch nicht! Warum? Warum bist du jetzt ganz... Warum? Einfach kill. Wie war das denn peinlichste? Das... Hä? Das ist der erste scheiß leichte Gegner. Renn einfach durch. Ja mach ich jetzt auch. Also wir haben gerade Sonic angefangen. Weil, äh, Rennen hat das bestimmt zusammen geschnitten. Nee, das schneide ich letztes, aber das bleibt alles drin. Das, das, das muss die... Ich kann mich an die letzte Halbstund nicht erinnern. Ich hab'n Gewichsdingst. Jetzt fährst er nix mehr. Geblitzdingst. Gewichsdingst. Gewichs... Geil. Kommt der Goldene Ring, wenn du's in einer gewissen Zeit schaffst, oder was? Nee, du brauchst 50 Ringer. 50 Ringer? Ich hab'n nicht einmal 50 Ringer im ersten Level. Ist so einfach, ja. Ein Spiel für Babys und Frauen im BH. Und wir... Einnimmts doch mit! Es gibt das Spiel, das heißt Max the Curse of Brotherhood. Ähm... Und da gibt's ein Achievement, das du kriegst, wenn du ein Level abschließt ohne zu sterben. Und der Kommentar von meiner Freundin, als er sich die Achievements angeguckt hat, war... Was? Du hast es nicht geschafft, das Spiel... Nee, du hast nicht ein Level abgeschlossen ohne zu sterben. Ja. Ja, manchmal gibt's doch Spiele, die leicht wirken, aber sehr schwer sind... Ja, aber Sonic hat nicht dazu, weil Sonic leicht ist. Äh, nee... Das ist... Das ist... Das war doch... Das war doch eines von den schwierigsten Spielen je. Das ist doch oft. Das war ja auch lange Zeit indiziert, weil's so... Weil's so schwer ist. Das ist zu schwer, das können wir den Kina nicht geben. Komm her, können wir. Er hat's geschafft. Gut. Er hat's geschafft! Meine Fresse, er hat's geschafft! So, ich konzentriere mich jetzt halt auch voll... Konzentriere dich! Das heißt, du guckst auf den Bildschirm. Jetzt springe, Drücke! Spring! Jetzt! Ja! Ja! Renden ist der größte Gamer der Welt! Nein, nicht dort drüber! Du musst springen dabei! Ah, ist das alles! Und jetzt! Pass auf! Weiter, weiter, weiter! Und jetzt runter... Ja, jetzt! Und jetzt runterdrücke! Also so, dass du die Kugel marschst. Ach so! Und dann kannst du durch... Guck! Hab ich doch gesagt, aus dem Tunnel! Das hat aber nicht gereicht! So, wir spielen zuerst mal Sonic! Dann wären wir uns voll drauf! Weil du, ähm... NEEE! NEEE! Jetzt her! Aber ich will den Endpost machen! Du! Bitte! Pass auf, durch Gering, durch Gator! Ja, es stimmt doch! Game over! Ich hab ja gar kein Ring! Ja! Jetzt hab ich Ringe! Ich hole... Ich hole das Leben wieder! Ich hab's wieder geholt! Oh, wir können's unendlich verkacken! Wir an der Stelle! Ja! Oh! Das mach ich anders! Da komm ich nicht hoch! Ich bring jetzt einfach... Ah! Jetzt schnell, schnell! Während du unvermuntbar bist! Ja! Komm, komm, komm! Komm! Komm doch immer! Oh Mann! Wie geht das nochmal? Du musst! Der Mongo! Ich hab gleich gedacht, du sagst Mongo zu mir! Ich hol ganz viel Ringe! Ich bin sozusagen der Herr der Ringe! Nein! 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 Ich bin wieder dran! Das soll diesmal ein Gag-Let's-Play sein! Nein, ist es nicht! Wir kennen das alles! Spring! Ja! Ach so, ja! Wir kennen es wirklich unendlich für Kacke! Also springe und rechts und noch links drücke! Ich kann das! Ich hab das! Du drückst ja noch rechts weiter! Nein! Du scheinst jetzt... Und springe! Das ist so, dass wir mittlerweile so alt sind! Ja! Bestimmt! Spring! Ja! Videospiel-Demenz ist das! Ich bin der größte Volldeb der Welt! Das Spiel hat sich schon gedacht, dass irgendein Depp an die Stelle kommt und kommt nicht weiter, das kriegt er immer wieder eine Lese! In 30 Jahren sind da zwei Felser so dumme Arschlöcher! So blöde! Ah! Die es nicht... ...auf die Reihe kriegen! ...auf die Reihe kriegen! Dummes Kinderspiel zu spielen! Ich hab das aber als Kind... ... ganz gut gespielt! Das ist bei... Wie schon das hochladen! F*** dich! Das ist einfach zu rasant! Das Spiel ist zu rasant! Kommen wir halt klar mit! Oh jetzt passiert's gleich! Jetzt! Ich hol' ihn! Ich hol' ihn! Hol' ich den Pokal heim! Hol' ihn heim! Freimo geht's! So jetzt kommt die Kugel! Oh! 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 Weißt du wie es ist? Weißt du wie es ist? Alter! Gut! Jaaaa! Wer ist der Boss? 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 Wer ist der Beste verfickte Sonic-Spieler? Das Level geht noch weiter! Scheiss! Weiß ich jetzt nicht! Ich muss doch die Fischer befeiern! Kannst du das nicht irgendwie zusammenschneiden bitte? Nee! Niemals! Leute, wir haben Sonic durchgespielt! Wir sind die Allergeilsten auf der Welt! Vielen Dank fürs Zuschauen! Wir sehen uns beim nächsten Mal! Ciao! Mach's weg! Da kommt noch was! Abspann! Das ist nur der Abspann! Das ist nur der Abspann! Tschüss!